Daumen drücken wir ja für die Goldene Kamera. Zielfahnder ist nominiert, der Film, in dem Sie mitspielen, mit Dominik Graf. Ist es eine Klassenfahrt hier heute oder mit wem sind Sie hier? Wir sind mit dem Produzenten hier, Arvid Birnbaum, der unseren Leiter spielt, unser Dezernar-Leiter spielt, ist da. Anna Schäfer ist da, der Autor ist da, Rolf Basedow, Ronald Zerfeld dreht leider, der konnte nicht kommen. Und Dominik Graf ist auch verhindert, das heißt, jetzt muss ich hier so die Fahne hochhalten ein bisschen. Dominik Graf ist ein krasser Regisseur, auch kultig gefeiert im Arthaus. Wie ist das mit dem zu drehen? Ganz toll. Ich habe das Vergnügen ja schon seit zehn Jahren. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ein zehnjähriges Jubiläum. Ich liebe es, mit dem zu drehen. Ich drehe unglaublich gerne mit dem. Das ist jedes Mal was Besonderes und jedes Mal ein Ritt. Und das ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas. Auf welchen Gast freuen Sie sich denn besonders heute Abend? Ganz ehrlich, ich freue mich mal, Nicole Kittmann in echt zu sehen. Ich glaube, das geht aber irgendwie jedem so. Wenn man die nur von Fotos kennt, denkt man, irgendwie will man da doch mal gucken, wie die in echt aussieht. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao.